Hallo Mandy, ich bin Polizistin, aber ich habe auch ein Herz. Mandy, guck dich mal an. Merkst du denn gar nicht, dass die Bahn, auf der du gehst, schief ist? Du hast was gedacht. Das ist ein Sozialdrager, ne? Da wird nicht viel geredet, da kann man sich lange, lange Zeit lassen. Pass mal zu Kiko, ich brauche nur einen Lippenstift. Sieht doch eh keiner. Warum wollen wir schöne Schauspieler? Was ist das denn? Zeig dir doch noch, wo dein Puller anhängt. Mandy hat überhaupt nichts gesagt. Mandy! Ich habe lange nicht gesehen. Kann mir noch ja nicht entscheiden, was ich attraktiver finde. Sie oder ihre Handtasche. Komm her, ich bitte, ich komm her. Du musst nicht wissen, wer du bist. Ich bin doch nicht in der Bullka. Warum denn nicht? Wir müssen ein Zeichen setzen. Was denn für ein Zeichen? Für die Unterdrückung der Frau, für Frauen. Wird auf irgendwas runter reduziert, auf Titten, auf Akzent, auf... Ich weiß nicht. Ehrlich? Ja. Wirkliche Armut. Stinkt. Ist abstoßend. Alles ist erlaubt, nur nicht weglaufen. Verstanden? Für Frauen, die nicht arbeiten dürfen, die nicht wählen dürfen, die nur zuhause sitzen und Gebärmaschinen sind, für ihre Männer Kinder gebären, kochen, sich verkloppen lassen... Es ist wunderschön. Wenn ich merke, dass jemand leidet und dass jemand Hilfe braucht... Dann muss ich auch... Da muss dein Ding reinstecken, ne? Das bedeutet nichts. Das war rein beruflich. Soll ich mal erzählen ein bisschen, worum es im Film geht? Ja, gerne. Mhm.